Zu den Bühnen dieser Welt, Klappe auf! Mehr geht nicht doch, fragen Sie doch galakom.tv. Von Sternberg bis München, Burthausen, waren die Gespräche heute. Tag! Und ich sagte, wir müssen retten, ja? Wir müssen die Gesundheit retten. Und das nur, nicht nur mit Post-Productions, sondern mit richtigen Partnern. Augustin, ein Bettenpartner. Ja genau, Filmblau, die passt jetzt für mich. Oh, das ist alt, warum steht denn das noch? Sie können doch das nicht stehen lassen. Bitte, das passt doch nicht zum Image in Nürnberg der Zukunft. Wo kommen wir denn da hin? Da mach doch mal einen Nagel in die Wand. Nö. Show on time. Vorsicht, Dankeschön. Ja, die kann man alle gebrauchen. Ja, auch soziale Foren, Showtime. Ja, auch der Herr Wolfschmied. Ich hab Sie nicht vergessen. Ich bin anders als Ihr Sohn. Ja, Herr Senior. Galakom, der TV. Auf den anderen Empfang kommt es drauf an. Na, da oben schmeckt das Eis top. Schade, dass ein, ein großer, ein sehr großer des Wortes, Dr. Ulrich Probst München nicht zugegen sein kann. Ich hoffe, die beste Genesung. Ich hoffe, die beste Genesung seiner Familie. Zitronenwasser, aber pur. Immunstärke, Ingwerwasser und so weiter. Wenn er das hört, damit es sie noch lange gibt. Ich habe sehr viele Professoren Ihnen zu verdanken, Herr Dr. Ulrich Probst. Unterwegs, mein Mensch. Und ich habe garantiert Durchblick. Na, da muss man doch noch mal umkehren. Frieden ist nicht alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts. Stimmt's? Ja, Sie haben recht. Die Menschen schauen und schauen und schauen. Als wäre ich vom Jupiter oder vom Mars. anschauen. Bis zu Ende durchhören. Es kann ja sein, dass noch ein großer Mäzen mir vor die Linse wackelt. So was haben wir noch nie gesehen. Nein, so was hat man noch nie gesehen. Zu den Megabühnen. Zu den Megabühnen dieser Welt. Kommunikation und mehr. Ich schaue niemals mit. Dazu bin ich epochal epochal Wie sagt man? Instruiert worden. Über Jahre. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Oli Kahn, Osmar Hitzfeld und viele weitere. Hoeneß, Rummenigge, Hopfner nicht zu vergessen. So kann man auch unterwegs sein. Guten Tag. No Limits. For Courage. So, Herr Richter. Schauen Sie mal. Wer auch immer es sein mag, Schauen Sie. Freunde der Interaktion. Was hat denn der vor? Ja, was viele nicht vor hatten. Kennen Sie Felix Baumkartner? Kennen Sie Felix Baumkartner? Wer ist denn das? E-Mail an Apollo. Ja, der hat auch ein anderes Gefährt. Felix Baumkartner? Der von der Jesus-Statue gejumpt ist. Ja, der versteht mich. Hubert Neuper auch. Der versteht mich. Denn diese Menschen denken ohne Grenzen. Mehr Recht. nicht nur auf dem deutschen Gerichtshof in Nürnberg, auf dem europäischen, sondern auch mit und von galakran.tv Moha Bönfett. Und jetzt sind wir fast da. Fast sind wir da. Ich darf Sie natürlich nicht außer Acht lassen. Vogelperspektiven. Guten Tag. Vielen Dank für den Kameraplatz. Das ist hier legendär. Ach, schau mal. Der Akten, der Akten-Transport. Jetzt möchten Sie wissen, wohin es geht. Don't forget historic moments. Ich mache nur einen kleinen Abstecher. Denn bei einer anderen Generalstaatsanwaltschaft werde ich sein. Ja, ich werde bei einer anderen Generalstaatsanwaltschaft sein. Was für ein Omen. Dann bis in wenigen Minuten am Ort der Geschehen. Plural. Erinnerungen. More Rides. Und da oben wird ein Dreh stattfinden. Wie Nürnberg noch nie gesehen hat. Galakran.tv No Limits. Und da werde ich kommunizieren. Mehr Mensch. Guten Tag. Ciao, ciao.